Was kommt jetzt auf uns zu? Kastanien und Seifenblasen, dunkler Boden und goldener Boden. Ja, wenn du wissen möchtest, was das bedeutet, dann bleibe bis zum Schluss dran. Ja, es wird wieder eine längere Aufnahme. Leute, die mich kennen, ja wissen, dass immer wenn etwas ansteht, ich mich melde. Wenn es wirklich wichtig ist und nicht ständig etwas hinausgebe, weil das auch gar nicht notwendig ist. Ja, es gibt Zeiten, da ist es mehr, dass man etwas hinausgibt, weil doch öfters sich etwas verändert in der Schwingung, in der Frequenz. Und ich meine damit jetzt etwas wirklich Wesentliches. Und ich bekomme immer mehr mit, natürlich, wenn ich mit meinen Klientinnen, Klienten arbeite, wie zugetrönt sie sind von den ganzen äußeren Dingen. Wie sie sich täglich, und ich nenne das jetzt so, etwas hineinziehen. Was wird heute passieren? Was wird im September passieren? Was wird da passieren? Wie geht es weiter mit? Und du wirst es sicherlich wissen, wenn du dir einen schönen Film anschaust, dass es dich beflügelt, dass du vielleicht lächelst, dass du Freude empfindest. Oder wenn du dir einen Horrorfilm anschaust, dass auch das etwas mit dir macht. Also alles, was du dir ansiehst, anhörst, und ich nenne es ganz bewusst so reinziehst, das geht auch in dein Energiefeld. Das macht etwas mit dir, das löst etwas aus. Das verändert deine Schwingung. Darum eine Empfehlung von mir, auch immer wieder Pausen einzulegen von dem ganzen Social Media. Weil es ist auch so, dass, so wie ich das sehe, kein einziger Mensch die absolute Wahrheit weiß. Wir sind alle unterschiedlich, schwingen in einer einzigartigen Frequenz und bekommen auch diesbezüglich einzigartige Botschaften. Und diese Botschaften oder Bilder, so wie ich sie bekomme, die sind dann für ganz bestimmte Seelen, für bestimmte Menschen. Und die hören sich das auch an oder schauen sich das an, weil es sie anzieht, weil es ihnen zufällig, also zufällt, durch ein Video oder durch jemand anderen geschickt wird. Also du kannst dir sicher sein, dass du das, was für dich wirklich wichtig ist, auf jeden Fall erhältst. Also du versäumst nichts. Das ist wie bei mir. Ich bekomme die Dinge zugeschickt. Oder klicke mal hinein und dann kommt genau das, was für mich wichtig ist. Und das muss nicht für jeden wichtig sein. So, dass dein ganzes Energiefeld nicht überlastet und überfordert wird. Genauso, was die spirituelle Arbeit an dir betrifft. Dass du da, es ist meine Empfehlung, mit einem Menschen deinen Weg zu dir selbst gehst. Finde ich auf jeden Fall besser als mit mehreren, denn diese Leute sind total verwirrt. Die hat das gesagt, der hat das gesagt, die hat das gemacht und der hat es aber anders gemacht. Das heißt, dein ganzes Energiefeld ist vollkommen durcheinander. Ja, das war jetzt mal so die Empfehlung, die ich da gerne hinausgeben wollte. Was wirst du jetzt von mir erfahren? Etwas zu den Energieübertragungen für Oktober. Dann ein Webinar, das ich geben werde im Oktober. Dann zu den aktuellen Klientenbehandlungen, was jetzt so aktuell im Feld ist. Und dann das, was ich bekommen habe. Diese Kastanien und Seifenblasen dunkler Boden und goldener Boden. Kommen wir als allererster auf den 24.09. Vielleicht hast du das mitbekommen, dieser Samstag, wo ja wochenlang hinausgegangen ist. Da wird etwas passieren. Warum habe ich da nichts hinausgegeben und bin auf diesen Tag eingegangen? Es war ja ganz stark in den Medien, aber auch in der spirituellen Szene. Wieder viel Geschäftemacherei mit irrsinnigen Titeln. Am 24., dritter Weltkrieg, Blackout. Ja, also Dramen, Angstmacherei. Ich bin deswegen nicht hinausgegangen, weil ich wusste, da wird so etwas Krasses, Dramatisches nicht passieren. Und es wird immer wichtiger werden, dass du auf deine eigenen Impulse hörst und dich nicht in die Dramen und in die Angstmacherei hineinziehen lässt. Kommen wir als erstes auf das mit dem Titel Was wird passieren am und ein bestimmtes Datum? Wenn wirklich jemand etwas Dramatisches vorhat und die halbe Welt kümmert sich plötzlich um einen Tag, dann würde der oder die das ja verschieben. Das sollte ja dann für die Menschheit etwas Schlechtes sein und keiner sollte vorbereitet sein, dann trifft es die Menschen ja am meisten. Also diese richtig ausgemachten oder vorhergesagten Tage. Ich kenne da nichts, was wirklich ganz genau eingetroffen ist und genau an diesem Tag und um eine bestimmte Uhrzeit. Wie gesagt, noch einmal Angstmacherei und Geschäftemacherei. Ja, und was ist das? Was wird passieren? Jede Sekunde passiert etwas auf der Welt. Jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, Tag und Nacht. Krieg gibt es schon immer und das nicht nur in einem Land, in mehreren. Aber Krieg gibt es zugleich auch im Menschen selbst. Krieg mit sich selbst. Krieg mit anderen, mit dem Nachbar und so weiter. Krieg im Kleinen, Krieg im Großen. In einer Sekunde, und ob das der 24. ist, der 23., der September, der Oktober, der August, ganz egal. Nein, in einer Sekunde wird ein Kind geboren und ein Mensch stirbt. In einer Sekunde, an jedem Tag, gibt es irgendwo auf der Welt eine Umwelt- oder Naturkatastrophe. Ein Vulkan bricht aus. Und auch, wenn er hier in Österreich oder Deutschland nicht ausbricht, da wir keine Vulkane haben, bricht in dieser Sekunde vielleicht auch ein Vulkan selbst im Menschen aus. Er geht in die Wut, in die Aggression. In jeder Sekunde passiert etwas. Immer. Jeden Tag, Tag und Nacht. In einer Sekunde verlieben sich Menschen und in der gleichen Sekunde trennen sich Menschen. Vielleicht empfindest du jetzt in diesem Moment Freude und ein anderer Traurigkeit. Einer wird plötzlich jetzt gesund und ein anderer erkrankt, genau in dieser Sekunde. Einer verhungert, der andere lebt im Überfluss. Der eine bestellt sich gerade jetzt ein neues Auto und ein anderer wird genau jetzt obdachlos. Dunkel und hell. Es kann was Gutes passieren und es kann was nicht so Gutes passieren in einer Sekunde. Jeden Tag. Jede Nacht. Naturkatastrophen sind vorausgesagt und doch schwankt das Wetter immer. Woanders ist vielleicht jetzt gerade eine Überschwemmung und bei mir scheint die Sonne. Also lass dich nicht hineinziehen in diese ganzen Vorhersagen. Blackout sehe ich nicht und ab und zu Stromausfälle für ein paar Stunden hat es immer schon gegeben. Ja, und das wird es auch weitergeben und manche werden absichtlich ausgelöst werden. Den dritten Weltkrieg nehme ich auch nicht wahr und doch wird es noch weiter Krieg geben. Aber auch all das im Menschen selbst, mit sich selbst, mit anderen. Liebe, Hass, Angst, Wut, Freude in jeder Sekunde passiert was bei Menschen in der Natur, in Ländern, im Körper, im Geist, in der Seele, im Energiefeld. Und wenn es heißt, was passiert am, bin ich mir ganz sicher, dass die meisten negativ denken. Es kann auch etwas Schönes passieren. Es kann in deinem Leben am 24.09. etwas Schönes passiert sein und bei einem anderen Menschen etwas sehr Unangenehmes. und das jeden Tag, Tag und Nacht. Und wenn du googlest oder Nachrichten schaust, wirst du garantiert was finden, was am 24.09. irgendwo passiert ist. Aber das würdest du heute auch finden. Also es ist auch wichtig in Zukunft, dass man sich da nicht reinziehen lässt und das wird jetzt wichtiger werden im Herbst und Winter. Denn es werden Schreckensmeldungen kommen, die gefälscht sind, die nicht der Wahrheit entsprechen. Damit die Menschen in der Angst bleiben, in der niedrig schwingenden Fristin, und ja, die Welt ist verrückt. Verrückt heißt aus der Mitte gerückt, wie aber auch viele Menschen aus ihrer Mitte gerückt sind. Die Menschen, so wie auch ich, die nicht im größten Gen-Experiment weltweit zugestimmt haben und mitgemacht haben, sind Helden und sind Vorreiter für die, die noch am Plan haben, aufzuwachen. Dieses große Gen-Experiment hat viel Angst aufgewühlt, aufgewühlt, aber die Angst wurde nicht gemacht, sondern es kann nur das, was in deinem Energiefeld ist, angetriggert werden. Das sind Ängste, die schon lange in deinem System sind, die dadurch in Schwingung versetzt wurden und noch stärker in den nächsten paar Monaten versetzt werden. Darum ist es so wichtig, sein Energiefeld zu klären, zu reinigen, aus der niedrigen Schwingung auszusteigen, um in eine höhere Schwingung aufzusteigen und dann bist du nicht mehr erreichbar für all diese Dramen, für diese Angstmacherei, für diese Geschäftemacherei. Ja, man bekommt auch viel mehr Follower und Buchungen, wenn man täglich was wird passieren, Blackout und was auch immer. Du wirst das sicher wissen, was ich meine. In allen Bereichen finden wir das, dass mit der Angst des Menschen gespielt wird. Und dieses Spiel, Mensch, ärgere dich nicht, wird auf der ganzen Welt gespielt. Und jetzt kommt es darauf an, ob du mitspielst oder ob du aussteigst aus diesem Spiel. Und das ist deine freie Wahl, deine Entscheidung. Und das kann nur jeder für sich selbst tun. Es geht aber auch nur, wenn man ins Tun kommt. Einfach so geschieht mal nichts. Das Ziel ist, bei dir selbst anzukommen und dich selbstbestimmt authentisch, wahrhaftig, vollkommen selbstständig zu leben. In einer höheren Frequenz, damit du nicht mehr manipulierbar und angreifbar bist. Das ist wie bei einem Radio, wo man Sender einstellt und jeder ist da auf einem ganz bestimmten Kanal. Der eine hört wunderschöne Musik und schwingt in der Freude, der andere hört Dramen und schwingt in der Angst. Und manche sind gerade dabei beim Neueinstellen und brauchen da Hilfe, weil sie verwirrt sind, weil sie unruhig sind, weil sie unentspannt sind, weil sie unklar sind und haben nur ein Rauschen im Kopf, in den Ohren oder im ganzen Energiefeld. Sie sind zwischen zwei Sendern und sind in der Entscheidung, bleibe ich am Sender Drama und Angst oder wechsle ich zur hohen Frequenz Liebe, Licht, Frieden und diesen Zwischen Bereich den haben wir alle zu durchlaufen. Das wirst du dann ein bisschen besser verstehen, wenn ich zum dunklen und goldenen Boden komme. Und was so auf dieser Welt jetzt energetisch ist, das erkläre ich dir gleich anhand der Kastanien und Seifenblasen. Ja, das Unterbewusstsein liebt Bilder, liebt Märchen und so bekomme ich auch immer diese Bilder und dann ganz nette Worte sage ich, wo es auch einem ein Lächeln auf die Lippen zaubert, wenn man das so hört. Und Kastanien passt ja zum Herbst. Ja, die nächsten drei Monate werden an der Energie sehr stark auch zunehmen und werden für viele große Herausforderungen stellen. Jetzt kann man das wieder nicht allgemein sagen, so und so wird der Oktober, der November, der Dezember. Denn ich werde den Oktober und jede Sekunde, jeden Tag anders als du wieder erleben. Kommt darauf an, auf welchen Sender bist du, auf welchen bin ich, auf was fokussierst du dich, auf was fokussiere ich mich, wie lebst du jeden Tag, wie ist dein Alltag und lebst du deine Berufung oder bist du in einem Job nur wegen dem Geld, bist du in einer guten Partnerschaft oder nicht. Und das schaut bei mir schon wieder ganz anders aus. Dadurch wird jeder Mensch jedes Monat auch unterschiedlich erleben. Die allgemeine Frequenz dieser Monate ist herausfordernd und ganz wichtig ist, alles was da jetzt und auch über die astrologische und spirituelle Szene kommt, von den Medien, von draußen, im Fernsehen, wo auch immer, vieles davon ist Angstmacherei und es kann auch zu ganz krassen Nachrichten kommen. Ich gebe nur ein Beispiel. Der Krieg ist ausgebrochen oder dritter Weltkrieg. Ich sehe es eher so mit Kriegsszenarien und doch wird diese Nachricht nicht wahr sein. Ich gebe dir das nur mal so weiter. In genau in welcher Form das kommt, das kann man nicht sagen. Und wann das Ganze zu Ende ist, kann man auch nicht sagen, denn auch das C-Thema hat sich verzögert. Wir haben das C-Thema, das I-Thema, wie gesagt, ich spreche das nicht aus, weil ich möchte ja, dass das nicht gelöscht wird. Und da gleich kurz etwas von mir kommt auf meinen Newsletter. Da gehen die Dinge ganz sicher raus und sie können auch nicht gelöscht werden. Das ist das Wichtigste, wenn du weiter von mir informiert werden möchtest. ist immer gut, wenn du ein Newsletter bist. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, diese Nachricht eben, also da nicht drauf einsteigen und diese Dinge werden von allen aufgegriffen werden. Also so wie auch dieser 24. 9. Und diese wie lang das dauert, das kann auch nicht mehr genau sagen, weil es kommt auf die Mehrheit der Menschen darauf an. Wir Menschen haben eine Schwingung und wenn jetzt Milliarden Menschen in der Angst schwingen, dann wirkt sich das aus und die Themen verzögern sich, also es wird länger. Ich sehe zum Beispiel, dieses C-Thema könnte schon längst erledigt sein, aber es wird halt noch ein wenig genährt. Und noch einmal, die, die auf dieses C-Thema nie eingegangen sind, die auf diese Energie der I nie eingegangen sind, solltet ihr solche kennen, es sind ja nicht zu viele, dann das ist so, das ist Tatsachenbericht, die haben Mut bewiesen, das sind starke, lichtvolle, bewusste Menschen und dann unterhalte dich mit so einem Menschen, lass dir von so einem Menschen auch Empfehlungen geben, dich begleiten, was auch immer. Denn auch ich bin dadurch und ich habe diesen Weg geschafft, ohne dass ich auf das je alles eingestiegen bin und ich habe genug Klienten und Klientinnen begleitet, wo es auch kam vom Chef, du musst GI Punkte Punkte sein, sonst entlasse ich dich und ich habe sie begleitet und wir konnten einen neuen Job finden, neue Wohnung, was auch immer, es war möglich. Und noch einmal die Freiheit kannst du dir sowieso nicht erkaufen. Und wenn man es jetzt genau alles betrachtet, sind die auch nicht besser gestellt, als die, die da nicht drauf eingestiegen sind. ja, also ich glaube, das ist jedem jetzt nach fast drei Jahren hoffentlich alles bewusst geworden und es geht darum, aus diesen Feldern jetzt auch auszusteigen, dass das endlich aufhören kann. Wir haben ja jetzt Kriegsthema, Energiekrise, dass die C-Krise abgelöst wird von der Energiekrise, das ist schon sehr lange bekannt, ja, ich glaube schon zwei Jahre oder was war das im Feld, also mir war das vollkommen bewusst, dass das kommen wird, nur jetzt haben wir alle drei Geschichten noch im Feld und ja, da sieht man eben, dass es auf die Menschen darauf ankommt. Normalerweise ist es so, dass ein Thema das andere abwechselt, das eine geht aus dem Feld hinaus und das nächste kommt und jetzt haben wir alle drei im Feld, so nenne ich als wie wenn wenigst ein Thema schon erledigt wäre. Ja, aber es gilt darum, dass wir uns da an der Nase nehmen und hier mutig den eigenen authentischen Weg gehen und darauf vertrauen, dass es immer für alles eine Lösung gibt. Nur wenn man niedrig schwingt, in der Angst schwingt, dann ist der Fokus auf das Problem, dieser Mensch kann sich gar nicht ablösen von diesem Problem, weil er voll drinnen ist mit seinem gesamten Energiefeld und kann dann natürlich Lösungen, die eine hohe Schwingung haben, nicht empfangen und Lösungen für diese Themen, die wir da im Feld haben, die müssen hoch schwingend sein, warum? Weil sonst kommen wir ja aus dem Dunkeln gar nicht hinaus und ja, es ist sehr dunkel auf dieser Erde, es gibt sehr viele dunkle Menschen, könnte ich auch übersetzen mit böse Menschen und gute Menschen, das ist so und das ist seit vielen tausenden Jahren so, das ist nichts Neues. Menschen wurden schon immer getötet, gekreuzigt, verbrannt, Organhandel, Kinderhandel, was da auch alles ist, das ist nichts Neues, es kommt nur immer mehr jetzt ans Licht, das heißt, die hohen Frequenzen, also die Energie, die aus dem galaktischen Zentrum hereinströmt, die beleuchtet das jetzt alles, wie man so schön sagt, Licht ins Dunkle. und da sieht man, wie dunkel Menschen sind und was hier alles verbrochen wird, was hier vernichtet wird, die Menschen, ein paar Menschen wollen sogar die Menschen vernichten, ja, ich glaube, es gibt sogar noch Menschenfresser, also das ist nichts Neues, das ist nur, dass jetzt alles hoch kommt und raus kommt, aber aus dem Menschen selbst auch hoch kommt und jeder Mensch getriggert wird in seinen Wundenpunkten und da wird ordentlich in den Wunden gerührt und noch mehr gerührt werden, bis der Mensch bereit ist, sie zu desinfizieren, zu reinigen und in die Heilung zu führen und das braucht, das ist ein Prozess und das braucht so lange, so lange du eben brauchst und so lange, wie du auch schon diese Wunden trägst. Manche sind sehr alte Wunden, die brauchen länger für die Heilung als erst neue Wunden, die heilen schneller. Wunden, die ganz tiefgehend sind, wie man das ja auch in der Medizin am Körper hat, ganz tiefe Fleischwunden brauchen länger zur Heilung, als kleine Wunde, die wieder schnell heilt und die ganze Seelenebene spiegelt die irdische und umgekehrt und der Mensch, der einzelne Mensch spiegelt auch das Weltgeschehen und das Weltgeschehen spiegelt die einzelnen Menschen und der Mensch besteht als Großteil auch aus Wasser und genauso ein Anteil an Prozenten hat die Erde Wasser. Also alles hier hat seinen Sinn und es heißt auch einen Sinn warum du hier bist und was du hier zu tun hast und deine Aufgabe wenn du die lebst dass es dir dann auch besser geht und du höher schwingst ja alles ist Schwingung alles ist Energie auch du und du entscheidest welchen Sender stellst du ein in welcher Schwingung lebst du hier und jetzt aber auch in den nächsten Monaten werden manche Menschen noch höher in ihre Schwingung gehen und das Erwachen ganz stark auch angetriggert werden denn ein massiver Strom oder Licht Energie wie so ein Laserstrahl kommt aus dem galaktischen Zentrum merken tust du das schon was die Zirbeldrüse betrifft ja der Urzustand des Menschen ist dass er ja so vier fünf auch wach wird hier ist der Verstand noch ausgeschalten hier ist eine wunderbare Zeit für den Menschen und das ist so der Urzustand der wird sich bei vielen einstellen du wirst weniger Schlaf brauchen du wirst früher munter werden ja der Natur und Urzustand eines Menschen ist sicher nicht der in dem die meisten sind und das kannst du auch wahrnehmen wenn du so ein Rauschen im Kopf hast oder so einen hohen Ton im Kopf nicht in den Ohren ja das ist Tinnitus im Kopf ich habe das jetzt sehr häufig und sehr intensiv das ist die Zirbeldrüse arbeitet auf Hochtouren sie dehnt sich aus sie wächst und sie stellt sich vollkommen wieder neu ein so wie es auch gut und richtig für jeden Einzelnen ist und dadurch kann durch Schlafstörungen haben ein neuer Schlaf Wachrhythmus stellt sich ein bis das alles eingestellt ist können Monate vergehen es ist zwar unangenehm aber es ist etwas Gutes und es kann aber Monate andauern also das nicht alles gleich erledigt und auch dieser Erwachungsprozess der kann Jahre dauern bei einem Menschen oder Monate und das geht nicht alles über Nacht wichtig ist dass du aufräumst in dir und dich von deinen Ängsten lassen und allem befreist selbst befreist damit du frei bist denn im Außen das wird noch dauern ja also wir sind jetzt noch in einem Übergangsjahr ich sehe 2023 auch in einem Übergangsjahr so wie wir Menschen übergehen und das wirst du dann auch beim dunklen und goldenen Boden besser verstehen dieser Übergang ja den wir alle machen den die Erde auch macht der ist immer schwankend verwirrend unruhig das ist kein einfach übertreten und alles ist anders und durch diesen Übergang müssen wir alle durch manche haben natürlich in alle nicht kann man sagen manche haben entschieden da diesen Übergang nicht zu machen denn kannst du sogar glauben wahrscheinlich manchen geht es ja besser als mir also diesen unbewussten geht es ja besser als mir ja das ist auch vollkommen richtig ja wenn du in diesem Übergang mittendrinnen steckst ja ist das unangenehm aber es wird dir nichts passieren im Gegenteil du wirst auf dem goldenen Boden dich verankern und die die auf dem dunklen Boden bleiben die brauchen halt noch ihre Erfahrung denn es ist auf der Erde so dass du merkst dass ja im irdischen ein Kind geht zuerst in den Kindergarten dann in die Volksschule dann in die Mittel oder Hauptschule dann vielleicht weiter auch in die Matura Schule oder Abiturschule Studium und genau das ist auch der Weg auf Seelenebene manche Seelen besuchen noch den Kindergarten ja manche die Volksschule schon manche die Hauptschule andere sind schon in der Universität und studieren und dadurch können nicht die die im Kindergarten oder in der Volksschule sind ja das ist keine Abwertung sondern das was du und ich auch einmal ja die haben noch gewisse Erfahrungen zu machen und die bleiben auf diesem Boden diesen Boden oder diesem Spiel der Erfahrungen und wechseln dann irgendwann wann immer das bei jedem ist in dem Leben noch oder im nächsten oder im übernächsten dann auch in die Hauptschule oder Mittelschule und dann kommt es zum Abitur und dann zur Universität ja und da ist auch jeder unterschiedlich darum lass die Menschen einfach sein du weißt nicht in welcher Frequenz sie sind du weißt nicht in welchem Lehrgang in welcher Schule sie gerade sind ja und das hier ist ein Schulungsplanet und hier komme ich zu dem es wird ja auch von jedem anders genannt Gefängnisplanet Schulungsplanet schönster Planet schlechtester Planet ja also das ist auch wie ist es für dich viele Worte gibt es für etwas wie ist es für dich für den einen ist es das Gefängnis für den anderen ist es die Schulung was auch immer das ist jeden wirklich ganz individuell zu sehen und jeder hat da seine Worte und fühlt sich hier wohl oder fühlt sich hier nicht wohl und was wird passieren mit denen die in der Frequenz noch mehr oder sehr stark ansteigen und immer höher und höher und höher schwingen ja die bleiben trotzdem hier nur sie werden ja man könnte sagen fast wie unsichtbar für diese dunklen Energien diese Machenschaften Manipulationen und so weiter das was sich halt hier abspielt auf der Erde und das kannst du dir so vorstellen dass wenn du jetzt zum Beispiel an Engel glaubst oder an Gott oder an Erzengel an Feen an Elfen was es da alles halt so gibt ja die sehen wir ja nicht mit dem menschlichen Auge die schwingen in einer anderen Frequenz in einer höheren Frequenz und sind dadurch für uns unsichtbar und doch gibt es sie diese geistige Welt oder diese Stars und wie man die auch wieder alle nennt ja gibt es ja auch ganz viele Worte und so ist es dann auch mit den Menschen die gehen jetzt nicht von dieser Erde sondern sie erhöhen so die Schwingung weil sie so ins Tun gekommen sind und Palast abgeworfen haben und sich von Ängsten befreit haben und alten Programmen weil sie sich von den Verträgen mit den Dunkelmächten entbunden haben und so weiter und schwingen die so hoch dass die anderen sie nicht wahrnehmen können oder es geht so weit dass sie die gar nicht mehr sehen können und trotzdem sind sie hier es sind ja auch geistige Wesen unter uns nur wir sehen sie nicht und so kann man sich das vorstellen aber es ist auch schwierig mit dem Verstand kann man das nicht begreifen man kann es auch nicht so wirklich erklären damit wer versteht das kannst du nur fühlen oder dass es dir einfach klar ist wenn ich das sage aber man findet dann nicht so die Worte dass man das so eins zu eins immer alles verstehen kann das ist dann schon eine Frequenz und Bereiche das kann man nicht mehr erklären ja ich versuche es halt ja die Energie Übertragungen Oktober starten am 9. Oktober da starten wir mit dem Vollmond und wir haben auch im Oktober 10 Portaltage hintereinander wir haben 13 großartige Zahl Energie Energie Übertragungen dann für den Oktober das schicke ich dann in den nächsten Tagen über meinen Newsletter raus wenn du da dabei sein möchtest und es passt auch voll denn so Mitte Oktober da steigt dann die Energie massiv an für die kommenden Herbst und Winter Monate Ja die Energie Übertragung dann das Webinar was habe ich da dazu zu sagen das ist jetzt dann für die die da schon ja wie soll man sagen schon einen großen oder oder ja einen sehr die schon sehr bewusst sind sagen wir so ja also es ist für ganz bestimmte Seelen in dieses Webinar und du wirst es spüren und fühlen dann ob du da schon so weit bist und dabei sein möchtest ich sage jetzt schon das Datum damit du es dir eintragen kannst ja und zwar ist das ein ganz bestimmter Tag ja ich habe das so bekommen Montag der 10. Oktober um 18.30 Uhr dieser Tag ist der Tag bevor die 10 Portaltage beginnen es ist noch in der Vollmond Energie und es ist so ein Tag wo dann nachher auch so eine Energiewelle starten wird und ich mache das am Abend weil es wichtig ist dass man nachher dann ruht und das meiste geschieht nun mal und das wird auch so bleiben bei uns allen in der Nacht darum auch natürlich Schlafstörungen da ist der Mensch in der Ruhe da ist er nicht im Alltag da ist er nicht im Verstand und hier wird ganz ganz viel gearbeitet an uns Menschen und die Seele ist hier auch auf Reisen und daher mache ich das auch am Abend das wird so ein ich weiß den Titel noch nicht aber ich sage so kosmisches Heilungswebinar drücken wir es mal so aus dass wir circa 90 Minuten dauern ausschicken werde ich es auch bald also spätestens dann so Mitte nächster Woche da gehen wir ich sage immer so tief die von ins eingemachte ja hier werden wir uns entkoppeln also wir gehen hier auf Körper Seele Geist Ebene und werden hier Kontrollprogramme auflösen entbinden also ich entbinde das und löse das nicht weltweit auf sondern für die Menschen die bei dem Webinar dabei sind denn du brauchst nicht die Welt retten und Mutter Erde kann gut für sich sorgen die kann das schon aber die Welt können wir nicht retten sondern wir haben genug mit uns selbst zu tun ja und es ist genug Arbeit an uns selbst zu verrichten und viele tun nicht mal das und wollen schon die Welt retten ja also wenn jeder Mensch seine Frequenz erhöht und seine Lasten abwirft und bei den ganzen Manipulationen und bei den ganzen Dingen die da im Außen sind einmal schon nicht mit macht das wäre schon wunderbar und würde schon großartig zu allen beitragen und wenn jeder Mensch seine Frequenz erhöht ja dann wäre es automatisch hier lichtvoll und friedvoll also bleib bei dir und schau dass du für dich etwas tust und wenn du höher schwingst wirkt Familie aus auf deine Nachbarn auf deine Wohnung oder dein Haus auf deinen Arbeitsplatz und so weiter also das ist wie ein Domino Effekt und zwar ich zähle jetzt nur ein paar Sachen auf es wird ganz viel sein aber nur mal so dass du ungefähr weißt was das für ein Wabinar sein wird wir werden hier auflösen den Binnenkontroll Programme Urverträge mit den Dunkelmächten Terrorprogramme Mindkontroll Programme I-Punkti-Punkti Programme I-Impfungen sind auch Elementarwesen die dann in deinem Feld verankert sind dadurch und das sind wirklich so Wesen die dann sehr manipulierend sind also es ist ja alles Energie also Chemtrail Geschichten Abzocke Geschichten Krankheits Geschichten was Krankenhäuser betrifft also das ganze Krankensystem ich kann gar nicht Gesundheitssystem sagen denn eines kannst du dir sicher sein man will dass der Mensch krank ist und nicht dass er gesund ist Pharmaindustrie Geschichten ja aber auch der ganzen Erbkrankheits Geschichten diese ganzen Genmanipulationen ja und natürlich auch weil das sind auch Energie Felder und Energiewesen diese ganze Strom Gas Geschichten ja was da auf uns zukommt und schon im Feld ist was die Energiekrise betrifft ja Benzin Strom Gas alles was da übertrieben immens teuer wird und eine wahnsinnige Abzocke ist aber die Menschen natürlich in die absolute Existenzangst führt was da alles so gibt auch in diesen Bereich gehe ich und du wirst dich wundern ich gehe sogar in den Bereich der Porno Industrie alles was die ganze Sex Geschichten betrifft was hier viele manipuliert sind und wirklich dunkle Energien in sich tragen wie im Beckenboden Bereich sodass die Kundalini diese Lebenskraft gar nicht erst aufkommt und das soll den Menschen gar nicht erst erwachen ja das wäre fatal für die dunklen Machenschaften hier wenn wir vollkommen in unsere Kraft kommen und uns von diesen ganzen Feldern entbinden und ablösen und ein klares Nein dazu geben ja also das wird ein sehr und ich nenne es so ein sehr deutliches Webinar weil ich werde hier sehr deutliche Ansagen machen und ja was auch Polizei Bundesheer Landwirtschaft also alles alles was es da jetzt so gibt ja werden wir uns die da dabei sind ablösen entbinden ja mehr dazu dann natürlich beim Webinar und noch genaueres sende ich dann in den nächsten Tagen aus ja jetzt kommen wir zu den Kastanien und Seifenblasen mal da habe ich folgendes Bild bekommen und du kannst da gerne mitgehen in diesem Bild wenn du möchtest dass hier auf der Erde jetzt übersetzt der Energie Zustand der Menschen ja lauter also ich sehe in dem Bild ja lauter Kastanien habe ich da gesehen ja und mit den Stacheln ja diese grünen Hüllen da wo die Kastanie drinnen ist also die noch um Mantel ist mit lauter Stacheln ja und das ist die Mehrheit der Menschen die rollen da durch ihr Leben oder kann man gar nicht sagen sie sind ja nur am funktionieren sie sind ja nicht wirklich am Leben und diese ganzen jeder einzelne Stachel repräsentiert all die Energien Abwehr Wut Aggression Hass Rache Gelüste Streit Neid Eifersucht ja was es da alles gibt ja und jetzt sind da ganz viele Kastanien mit Stacheln und es ist nicht ganz dunkel die Energie auf der Erde sondern es ist so für mich so wie ich es bekommen habe grau ja es ist nicht mehr ganz dunkel es ist grau das heißt es ist schon durchlichtet und von grau natürlich geht es dann in den helleren Zustand das wird aber noch längere Zeit dauern also so ungefähr ja ungefähr wie gesagt es kommt auf die Menschen drauf an noch zwei Jahre jetzt ist es grau also die Erde gerade mit den Menschen ja diese Kastanien ist so mantelt von einem grauen Schleier nicht mehr ganz dunkel aber auch nicht hell und es ist alles so vernebelt und da finden sich ja die Menschen nicht wirklich zurecht sie sehen nur ein wenig so wie Nebel halt ist im November der Nebel so sehe ich die ganze Erde und da hat man keine Durchsicht keine Klarsicht ja es ist die Energie unrund ja also sie ist nicht ganz niedrig schwingend nicht hoch schwingend es ist so ein Mittelbereich und es ist sehr schwankend also es ziehen immer wieder so Nebelschwaden vorbei das heißt es ist mal die Sicht besser und dann hat man gar keine Sicht wirst du auch kennen wenn so Nebelschwaden ganz dichter Nebel wo man so nicht mal die Hand vor den Augen sieht und dann kommen wieder so Lücken und Löcher sehe ich da wo man wieder mehr Sicht hat aber ganz klare Sicht oder Durchsicht oder die absolute Wahrheit zu erkennen da sind wir noch nicht also das wird noch so hoch geschupft von der Erde ja die gebundenen negativen Energien noch die steigen noch aus der Erde auf ziehen dann über uns Menschen so drüber hin also und ziehen dann wie bei einer Dunstabzugshaube ja so könnte jetzt sagen ins galaktische Zentrum und dort wird diese Energie gewandelt in Licht und vom galaktischen Zentrum kommt Licht herab das durchlichtet natürlich immer mehr und immer mehr diesen Grauschlei oder diese Nebelschwaden und die können aber dieses Licht kann nicht eindringen in die Kastanien also die die mit so einer dicken Schale und Mantel sind und Stacheln haben an all diesen Themen noch die können dieses Licht nicht aufnehmen die sind eben weiter in diesen Nebel und mit ihren Stacheln und mit der dicken Haut unterwegs das heißt die können auch nicht so Gefühle leben Nähe zulassen die sind mehr im Dunkeln sind ängstlich und sind Opfer stark manipulierbar und ein paar darunter das sind dann so sehe ich dann so wie schon also das sind nicht so grüne Kastanien dann sondern die sind so dunkel mit Stacheln ja also wie wenn diese Haut oder dieser dicke Mantel da verkohlt wäre ja das sind die die eben sage ich jetzt mal so der Menschheit oder dem Geschehen hier auf der Erde schaden möchten und die sind aber schon viel weniger also da waren früher viel mehr sind jetzt viel weniger schon und die aber noch ja sage ich jetzt einmal so alles in Besitz nehmen möchten hier geht es natürlich auch um die Weltherrschaft Weltherrschaft ist immer kein Land oder irgendwer kann hier überhaupt alles besitzen ja das ist glauben halt manche Menschen ja aber es wird halt hier um die Weltherrschaft gekämpft und ja wie gesagt dass man den Menschen schadet und das ist ja schon jetzt über einige Jahre im Gange auch mit gewissen chemischen Mitteln mit chemischen Waffen also wir brauchen gar keine Kriege mit Bomben und so weiter sondern es geht alles auf künstlich chemischen Weg und wie wir gesehen haben sind ja einige bereit gewesen und noch bereit damit zu tun und auf diese Energiefrequenz aufzuspringen und jeder dieser Mittel oder was immer das ist macht ja die Energiefrequenz niedriger ja und darunter befinden sich dann so wie du und ich Seifenblasen und diese Seifenblasen wir es kennen wenn man so Seifenblasen macht die sind so durchsichtig haben so einen bunten Schimmer wie ein Regenbogen wenn die Sonne drauf scheint und die schweben ja so und die sind da mitten drunter und die sind die die halt auf einen anderen Weg sind und für die gilt das jetzt ihre Frequenz noch mehr zu erhöhen die noch unter den Kastanien sind also dass sie aufsteigen in der Frequenz damit sie da eben nicht mehr von diesen Stacheln von diesen Energien die diese Menschen noch tragen und die Erfahrungen noch machen möchten in Wut Aggression Hass und so weiter gestochen werden getriggert werden diese Seifenblasen zerplatzen nicht ich sehe diese Stacheln zwar hineingehen und dann werden sie wieder rausgezogen also du bist dann diese Seifenblase die ist unvernichtbar aber es wird Zeit dass du deine Frequenz erhöhst damit du nicht unter diesen Kastanien bist unter diesen Stacheln also so dass diese Stacheln das sind ja dafür die stehen ja für diese Energien angestochen wirst sage ich oder dass deine Blase dein Energiefeld von dem nicht mehr genährt werden kann manipuliert verletzt werden kann und manche haben diese Frequenz schon erhöht und schweben schon über diesen Energie Bild sage ich über diesen Kastanien ja über diesen Stachel Gebilden hier über den Grünen und den Dunklen sage ich jetzt und andere sind halt noch drinnen und die die da schon drüber schweben die sind auch schon im Licht Körper gleit das heißt die sind so um die haben so einen Licht Schutz schon ja so diesen Urzustand schon erreicht ja das heißt es ist zwar noch nicht im Bewusstsein angekommen es ist denen noch nicht klar aber die triggert da gar nichts mehr ja und die leben auch schon in ihrer Sphäre hier sage ich in ihrer eigenen Welt ja und die sehen die Welt und die Geschehnisse ja schon ganz anders die sehen in diesen Problemen oder in dem was außen ist ihre persönlichen Geschenke die darin schon enthalten sind und die hochfrequenten Lösungen ja wo befindest du dich bist du noch diese grüne Kastane mit den Stacheln ja wo ummantelt noch mit einer dicken Haut oder das glaube ich jetzt nicht das könnte ich mir nicht vorstellen dass so jemand sich meine Sachen anhört diese dunkle Kastane die wie verbrannt ausschaut mit den Stacheln ja um die Weltherrschaft Macht Geld Gier und so weiter ist oder bist du schon eine Seifenblase mit diesen bunten Farben ja die schon so durchsichtig ist durchsichtig heißt durchlichtet auch ja klarer reiner frei von diesen Lasten und Ängsten ja also da gibt es ja keine Stacheln bist du da noch mittendrin oder schwebst du schon also bist du schon in der Frequenz angestiegen ja und trotzdem gibt es auch für uns weiter was zu tun und dran zu bleiben und im Tun zu bleiben und immer wieder das was im Außen da hochkommt wie Energiekrise und so weiter das immer wieder zu entbinden sich daraus zu lösen und so weiter also auch für die die da schon schweben ist ein weiteres tun solange wir hier sind das ist eben so aber das geht immer ganz leicht und das ist immer mit dem was man so sagen was bei denen halt auf einen zukommt aber die sind auf jeden Fall schon entbunden von der gesamten Vergangenheit die leben im jetzt und stellen sich diesen Herausforderungen aber schon in einer ganz anderen Energiefrequenz und sie nehmen das mal wahr nehmen das an und kümmern sich um die Lösung und das war es dann auch schon sie gehen schon wieder weiter so deute ich ja und was hat es jetzt mit dem dunklen wir sind jetzt gleich fertig dunklen Boden und goldenen Boden das ist die meiste Klienten Arbeit was ich gemacht habe in letzter Zeit also von dem dunklen Plateau ja ich habe das dann wieder so ein Plateau gesehen der dunkle Boden also das ist die alte Erdenergie die Angstmatrix das manipulierende und so weiter das ist der dunkle Boden und da stehen ganz viele Menschen drauf und die blicken und dieser dunkle Boden den sehe ich aber so einen Schwebe zuschauen da geht es dann bei diesem Plateau oder dunklen Boden geht es dann überall hinunter ja das ist wie wenn das so ein bisschen in der Luft schweben würde und die meisten Menschen stehen und schauen in den Abgrund hinunter können den Kopf gar nicht heben die stehen und schauen hinunter und schauen hinunter und sagen oh Gott ich muss unbedingt hier auf diesem Boden bleiben denn sonst stürze ich ab ja sonst geht es in den Fallen in den tiefen Fallen ins Nichts in das Dunkle hinab vor das habe ich Angst ja also möchte ich unbedingt hier in dem alten System in der alten Matrix und in dem verbleiben ja nur keinen Schritt vorwärts gehen denn ich stürze sonst ab ich werde vernichtet ich werde zerstört ich falle hinunter kann nur sagen tiefer geht es eh nicht mehr ja wir sind hier in der dichtesten Energie aber die haben den Fokus voll auf das auf das Dunkle ja auf das Niedrig Schwingende da kannst du gar nicht hingehen und die anstuben und sagen jetzt heb mal den Kopf ja und schau mal davor da vorne ist doch das Ziel da vorne ist die Lösung die können das gar nicht ja die sind so gefangen in sich selbst ja und für die ist das ein Gefängnis Planet dass sie ständig nach unten starren und dadurch können die auch keinen Schritt vorwärts gehen weil die würden ja stolpern die sehen ja nichts die sehen ja nur das Dunkle das Drama die Vernichtung und all das was da halt so in ihrem Energiefeld ist die einfach sein lassen brauchst du auch gar nicht diskutieren du wirst aber auch immer mehr auf solche Menschen in deinem Frequenzfeld natürlich dann auch nicht mehr die sehen dich gar nicht mehr nehmen dich gar nicht mehr wahr also wundere dich nicht wenn sich manche einfach verabschieden dich nicht mehr grüßen oder sich einfach nicht mehr melden das ist dann so ja kannst du nur noch froh sein wenn das einfach geschieht und du dich nicht noch extra verabschieden musst ja die bleiben eben da stehen du gehst weiter du stehst auf diesem dunklen und hast den Kopf gehoben blickst nach vorne nimmst das gar nicht mehr wahr dass es da irgendwo runter geht oder was auch immer passieren könnte das ist für dich komplett gegenstandslos also das ist nicht mehr in deinem Feld du blickst nach vorne und siehst ein Stück weiter oben einen goldenen Boden oder ein goldenes Plateau und das ist das Neue das absolut Neue das es hier auf der Erde noch nie gegeben hat darum auch für jeden ganz individuell und persönlich der Prozess und gibt es auch keine hundertprozentige Vorhersage das gibt es nicht das kann man immer nur erfüllen und aber auch nicht für 20 100 Jahre da im Voraus bringt auch gar nichts wenn du wüsstest was ist in 20 Jahren was ist in 5 Jahren weil es ist das hier und jetzt zu meistern und der nächste Tag und die nächsten Monate mal das ist schon genug Aufgabe für jeden Einzelnen so und dann hast du den Blick vorwärts und da das ist höher dieser Boden dieser goldene der schwingt in einer ganz anderen Frequenz und der Boden ist in so einer Frequenz dass es die anderen Menschen oder die Mehrheit der Menschen gar nicht erblicken werden die sehen das gar nicht das ist nicht in ihrem Energiefeld oder nicht angedacht in ihrer Frequenz du siehst dieses Plateau und jetzt geht es dort natürlich das ein Stückchen höher das heißt auszusteigen aus dem alten und aufzusteigen in das neue zuerst kommt der Ausstieg und dann kommt der Aufstieg diese Entscheidung gilt es ja schon lange zu treffen ein klares ja dazu zu geben und dann steigst du du wirst eingehüllt wie so ein Astronaut in so einen Raumanzug mit einem Helm auf und dann steigst du langsam hoch das ist ein einzigartiger individueller Prozess das heißt es kann sein dass sogar in deinem irdischen Leben du eine Zeit alleine bist oder dich alleine fühlst ja wer sich hier begleiten lässt ist natürlich schneller und zwar von jemand der schon auf diesem goldenen Boden steht ja das wäre natürlich das bessere wenn man hier so jemanden hat und der weiß dir dann den Weg ja weil der hat diesen Weg ist und er kann dich da wunderbar unterstützen also gerne auch ich und dann schwebst du wie in so einem Astronautenanzug auch mit Helm da hoch das heißt du wirst gewisse körperliche Symptome haben ja weil und du hast so einen Schutzmantel haben wir da schon das ist eben dieser Astronautenanzug ja also dir kann gar nichts passieren aber trotzdem dieser Frequenz Anstieg ja der wirkt sich nun mal aus ja zurzeit ist sehr aktuell in den Lichtkörpersymptomen der ganze Magenbereich ja Verdauung der Kopfbereich und das Sehen auch ja und diese Geräusche im Kopf und in den Ohren ja ähm gibt es natürlich ganz viele Symptome aber das ist jetzt mal so Hauptgeschichte ja und die Übermüdung um die Müdigkeit ja wobei auch hier die Übermüdung auch das kann ein Erschöpfungsanteil sein da werde ich auch im Webinar das ablösen sollte hier jemand ein Feld angedockt sein denn es ist auch absichtlich ja es wird auch durch Camtry so wie das alles heißt 5G und so weiter ausgelöst dass die Menschen immer mehr müder werden und erschöpft sein Körpersymptom die Erschöpfung Gemütigkeit das gilt immer zu unterscheiden ja und da schwebst du quasi hoch ja jetzt bist du eine Zeit wie im Nichts du bist im Schwebezustand ja das können eben Menschen die noch nicht so was sind nicht machen weil die ja extrem ängstlich werden würden kannst du nicht auf so eine Reise schicken ja die würden Panik bekommen Panik attacken die Psyche hält sowas gar nicht aus ja und weil dieser Schwebezustand und dieser Aufstieg ja wie gesagt alles antriggert Körper Geist Seele und auf diesem Weg kommen die Menschen dann ins Tun ja tun etwas machen etwas sind aber auf diesem Weg beschützt wie da der in dem Astronautenanzug und dann kommt der die Frequenz Erhöhung und dann nimmt dieser Mensch wann immer das bei jedem ist das ist auch unterschiedlich auf dem goldenen Boden oder in der höheren Ebene auf der goldenen Zeitlinie wie immer wir das jetzt wieder nennen wollen Platz und dann zieht er diesen Raumanzug da aus den Helm dann brauchen wir keinen Schutz mehr und dann gilt es sich auf diesen oder in diesem neuen Frequenzfeld zu verankern zu aktivieren zu öffnen und so weiter ja das ist es es wird eine Meditation auch rauskommen die betrifft diesen dunklen Boden und goldenen Boden ja da gibt es von mir dann auch eine Meditation mit Energie Übertragung vielleicht mache ich sie auch über Zoom online dass wir dabei mehrere Menschen haben und nehme das auf und gebe es raus ich glaube ich werde mich eher für das entscheiden ja also gerne auf meinen Newsletter YouTube Instagram Facebook das wichtigste ist Newsletter sein ach ja noch eine Neuankündigung bei mir wird es auch heuer noch einen Mitgliederkanal geben kosmische Botschaften da kannst du dann Mitglied werden und das werden dann so die Insider Tipps die werde ich nicht mehr gratis dann hinaus geben auch ganz spezielle Meditationen werde ich da reinstellen also wirklich für diese Menschen die dann auf dem Mitgliederkanal sind wird es ganz besondere Dinge geben ja das kommt auch noch also du bekommst noch eine Menge heuer 2022 von mir und ich werde auch mit dir gemeinsam ins 2023 ergeben da habe ich schon auch vieles vorbereitet für das 2023 Jahr das gibt es dann alles dann ab Jänner ja ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ganz viel Freude und Spaß in deinem Leben und ich freue mich wenn ich dich bei den Energieübertragungen für Oktober begleiten darf wenn du auf das Webinar kommst wenn du dann in den Mitgliederbereich kommst und wenn du mit mir eine wunderbare Meditation machen wirst alles in den nächsten Tagen alles Liebe deine Sissi Göttling Ach jetzt hätte ich bei Nava jetzt habe ich schon ganz kurz noch ja es gibt jetzt auch ein Seelen Coaching Paket wollte ich noch sagen den Online Kurs magisch mächtig mutig der Weg zu dir selbst den gibt es natürlich auch ja und es gibt ein Seelen Coaching Paket da brauchst du nur mal bei mir anfragen und ich schicke dir Ausbildungen das Paket und all das gerne per Mail zu so und jetzt alles Liebe Tschüss